Das kommt in einem Video und zwar wollt ihr sehen, wie jemand unser Wenzel kauft und ja, wir sehen es eigentlich jetzt. Also hier seht ihr es. Sehr viele Wenzel hier und wir nehmen jetzt einen weißen blauen. Bis zum nächsten Mal. 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 erfahrt ihr dann, wie Flecky auf sie reagiert und ja, das war's dann mit dem Video und tschüss!